In Kleiss' Marquise von O. werden gerne diverse gesellschaftskritische, feministische und tiefenpsychologische Deutungen hineingedeutet, die ihr nicht gerecht werden. Nein, es ist keine Gesellschaftskritik. Wir erleben Menschen, die mit der Gesellschaft, wie sie ist und ihrer Rolle darin vollkommen zufrieden sind. Deswegen ist die Novelle auch als Beitrag zum Feminismus ungeeignet. Die Frauen in der Marquise sind weder emanzipiert noch unterdrückt. Sie leben in größter Zufriedenheit ein Leben, in dem sie nicht mit gesellschaftlichen Barrieren in Konflikt geraten. Uns werden verteilte Rollen vorgeführt. Die Männer sind Außenpolitik, die Frauen Innenpolitik und werden aufrichtig als gute, machtvolle Politikerinnen innerhalb des Familiengeschehens verehrt. Als einer der verehrungswürdigsten Züge der Marquise wird der Umgang mit ihren Kindern vorgeführt. Ihr Kampf um sie, mit dem sie sich erfolgreich gegen Vater und Bruder stellt, ist ein emotionaler Höhepunkt der Novelle. Auch die Suche nach dem Vater dient nur dem Wohl des Kindes, auf daß dieses nicht mit der Schande der unehelichen Geburt leben muß. Ob dies unbedingt als Schande gesehen werden muß, ist einfach nicht Thema dieser Novelle. Gedanken dazu erübrigen sich also. Mit unterdrückten Trieben hat die Novelle auch nichts zu tun. Die Marquise verdrängt nicht, daß sie ihre Vergewaltigung vielleicht als lustvoll erlebt hat. Eine solche Unterstellung ist selbst eine Vergewaltigung der Figur der Marquise. Wir werden der Marquise von O. vielleicht am ehesten gerecht, wenn wir uns klar machen, es handelt sich um eine Komödie. Es gibt einen Typ Komödie, der wohl auf Shakespeare zurückgeht, der offenbar keinen anderen Zweck hat, als vortreffliche Menschen in einer Situation zu zeigen, die sogar sie überfordert. Am Ende, wenn alle Verwicklungen aufgelöst sind und alles wieder gut oder noch viel besser ist, sind wir von der Vortrefflichkeit dieser Menschen noch mehr überzeugt und so froh, daß sie an unserer Stadt glücklich werden. Shakespeare zeigt gerne solche Menschen und ist hierin das Gegenteil von Molière, der vor allem dumme und schlechte Menschen auf die Bühne bringt. Moment, Komödie, wo sind die Gags? Die Marquise von O. ist viel zu raffiniert für Gags, aber das Grundkomische, in das die Figuren geraten, ist einmalig, und Eric Romer mußte die Novelle nur als Drehbuch nehmen, um das in seiner Verfilmung sichtbar zu machen. Die vier Heiratsanträge des Grafen und drei davon in absurden Umständen gefolgt von heftigen Irritationen. Der coole Auftritt der Hebamme, das entsetzliche Gewimmer des Vaters bei der Versöhnung. Und der Grenzfall des Komischen, wie er nur in den allerbesten Komödien erscheint, die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter, als die Schwangerschaft offenbar wird. Die Marquise gerät in existenzielle Seelennot, und insofern ist das nicht mehr komisch. Aber auch Hero, in viel Lärm um nichts, muß unsäglich leiden, wenn sie aufgrund einer Intrige der Untreue beschuldigt wird. Hermia im Sommernachtstraum, wenn sich vermeintlich sie liebende Männer gegen sie verschwören, die Gräfin in Figaros Hochzeit, wenn sie vermeintlich eine Gewalttat ihres Ehemanns an ihrem vermeintlichen Geliebten nicht verhindern kann. Tatsächlich können wir uns die Marquise von O. vielleicht als eine Art Sommernachtstraum kombiniert mit viel Lärm um nichts vorstellen. Im Sommernachtstraum verübt dieser hundsgemeine Kobold Puck mit einem Liebestrank einen üblen Streich, der aber am Ende alle als glückliche Paare zurücklässt. Und die Vergewaltigung der Marquise durch den Grafen scheint ein solcher von einem Puck arrangierter fieser Prank zu sein, und schadenfroh schaut er bzw. wir dabei zu, wie sie in dieser grässlichen, für sie unerklärlichen Situation herumzappelt. Und wie in viel Lärm um nichts ist das Vertrauen in die weibliche Hauptfigur erschüttert. Diese Komödien sind also vor allem Komödien der Überforderung. Die Hauptfiguren in solchen Komödien sind edelste Charaktere mit, wenn, dann nur zu verständlichsten kleinen menschlichen Schwächen. Wir werden während der ganzen Novelle mit Hinweisen darauf überhäuft, daß die Marquise eine Frau von untadelhaftestem Lebenswandel ist. Sie hatte ihren verstorbenen Gatten in nichts geliebt, verehrt vorbildlich die Eltern, sorgt sich und kämpft um und für ihre Kinder, und ist die Gesundheit selbst also wohl auch eine außerordentliche Schönheit. Wenn sich dieses Ideal einer Frau in einem Lebenswandel ausdrückt, zurückgezogen, der Erziehung der Kinder gewidmet, der heutigen Idealvorstellungen nicht entspricht, heißt das nicht, daß dieser Lebenswandel der Marquise von Kleist und seiner damaligen Leserschaft bezogen auf diese Novelle kritisch gesehen wird. Auch Graf F. ist im Prinzip ein Muster an Vollkommenheit. Wir werden auch diesbezüglich mit Hinweisen überhäuft und vor allem davon, daß er in Wirklichkeit nie und nimmer zu einer Vergewaltigung fähig wäre. Es muß irgendein Dämon sich seiner bemächtigt haben, denn nach der Tat besteht sein Leben nur noch darin, mit dieser Schuld umzugehen, und das ist es, womit er überfordert ist. Er überfordert damit, alles zu tun, um es wieder gut zu machen, und gleichzeitig damit überfordert, die Tat zu gestehen. Er verzweifelt an sich auf eine Weise, als ob er aufgrund eines schrecklichen Irrtums sie als vermeintlich feindlichen Soldaten getötet hätte. Jeder echte Vergewaltiger würde einfach vom Schauplatz verschwinden und nie mehr auftauchen. Ob ein solcher Vorgang der unwillentlichen Vergewaltigung realistisch ist, dürfen wir uns dabei genauso wenig fragen wie, ob es möglich ist, daß ein Mensch einen einzelnen Tag und ausgerechnet den Groundhog Day, den Murmeltiertag, jedes Mal aufs Neue durchläuft, bis er endlich die Liebe seines Lebens an diesem Fürsicht gewinnt, und zwar paradoxerweise ebenso wie der Graf erst dann, als er bereit ist, auf die Erfüllung seiner Wünsche zu verzichten. Denn der Graf heiratet zwar am Ende die Marquise, aber unter Aufgabe aller eigenen Rechte an sie bei vollkommener Gewährung ihrer Rechte an ihn. Die Heirat dient zunächst zu nichts anderem als der Herstellung ihrer Ehre und der des gemeinsamen Kindes. Wenn wir das Unrealistische nicht akzeptieren, haben wir keinen Spaß an Komödien, in denen geistreiche, gute Menschen durch eine solche von höherer Macht arrangierten Versuchsanordnung aus dem Lot gebracht werden, zum Spaß des Publikums aber auch schließlich belohnt durch Liebe fürs Leben. Genauso müssen wir in Pushtins Novelle »Der Schneesturm« daran glauben, daß es möglich ist, aus Versehen eine wildfremde Frau zu heiraten, um diese dann jahrelang nicht wiederzufinden. Der Graf ist also damit überfordert, mit seiner Tat an der Frau, die er liebt, zu leben. Wobei wir auch diesbezüglich an die Fügung eines Liebeskobalds glauben müssen, denn die Frau ist ihm schließlich wildfremd. Er kann also nicht wissen, daß diese Frau, die er nur aufgelöst in einer Ohnmacht vorfindet, diejenige welche ist, die Frau des Lebens. Nur dieser Liebesdämon weiß es, und deswegen muß er sich des Grafen bemächtigen, da es ja sonst nicht zu der Verwicklung kommt, die am Ende das größtmögliche Glück für beide bedeutet. Wir müssen also der Komödie zuliebe akzeptieren und brauchen es im wahren Leben niemals zu akzeptieren, daß eine dem äußeren Anschein nach vorliegende Vergewaltigung tatsächlich keine ist. Auch diese Zumutung findet sich anderswo noch einmal erzählt. In dem Film »Sprich mit ihr« von Pedro Almodovar, der Krankenpfleger, der hingebungsvoll die Komapatientin pflegt, glaubt tief und fest an eine gegenseitige Liebesbeziehung, als er sich schließlich missbraucht. Vor dem wahren Leben hat dies natürlich keinen Bestand, und dieser Konflikt kann nur durch den Selbstmord des Krankenpflegers aufgelöst werden. Ist die Marquise von O. ein Männertraum? Vielleicht, aber nicht als Pin-up-Girl, sondern als beste aller möglichen Ehefrauen, von unendlicher Klugheit, menschlicher Vollkommenheit, höchster Lebensreife und von größtmöglichster Herzenswärme. Sie steht damit in der Reihe solcher Superfrauen wie Tatjana aus Eugen Onegin, die Ehefrau aus Schnitzlers Traumnovelle und auch die Ehefrau des Regisseurs, den Marcello Mastroianni in Fellinis 8,5 spielt. Dass Kleist erzählend diesen Traum träumt, ist nur zu gut nachvollziehbar. Wie sehr mag er sich, der sich selbst in seiner Soldatenkarriere, in seiner Schriftstellerkarriere und auch privat als gescheitert ansehen mußte, mit dem Grafen von F. identifiziert haben, der auf diese Art vom Soldatenleben zum glücklichsten aller Familienleben übergeht. Auch in der Figur der Mutter wird ein Typ Frau idealisiert. Sie stellt sich listenreich gegen den Machtanspruch des Vaters und findet einen Weg, sich von der Unschuld ihrer Tochter zu überzeugen und rettet so die Familie. Der Vater dagegen ist vollkommen hilflos. Er ist eben nicht so gut in Familie und zieht sich in die totale Verbitterung zurück, nachdem er die Tochter verstoßen hat. Die Mutter lässt ihn bitter dafür büßen, und diese Macht ist ihr offenbar auch zugestanden, und der Vater fügt sich. Diese Überforderung in Familiendingen, worin er den Frauen hoffnungslos unterlegen ist, und dann am Ende das Glück darüber, die letztlich doch abgöttisch geliebte Tochter wiederzubekommen, sind der Grund für sein kindisches Benehmen, das sich unter Tränen in enthemmten Zärtlichkeiten ihr gegenüber ausdrückt. Und nicht etwa irgendwelche inzestuösen Gelüste, eine der lächerlichsten Interpretationen seines Verhaltens, die ich jemals gelesen habe. Es gibt durchaus einiges hinzunehmen an dieser Novelle. Die unwillentliche Vergewaltigung, die wirklich tiefe Verehrung der Frau an sich, aber innerhalb der ihr vom Patriarchat zugewiesenen Rolle. Und nicht zuletzt dieses Standesdenken, das offenbar nur Adelige als verehrungswürdige tugendhafte Menschen gelten lässt. Immerhin wurde bis dahin auch von nicht-adeligen Autoren diese Ständeklausel immer brav eingehalten. Hier wie anderswo gilt aber, wer bereit ist, bestimmte erzählerische Entscheidungen zu akzeptieren, wird belohnt, und es gibt kaum ein schöneres Geschenk an die Menschheit als eine gute Komödie. Untertitelung des ZDF,